Oder wenn du auch einen Hund hast, dass du den Hund nicht irgendwie verletzt oder der in deine Drohne beißen möchte, dass... Das ist ein Fleck, das habe ich noch nie gemacht. Lass es mal mit dem Hund, das ist ein Dämmling. Okay, wir fangen mal an los. Ich zeige euch heute drei Tipps für Drohnenanfänger. Der erste Tipp ist die Beschriftung auf der Fernbedienung. Das bedeutet, wenn eure Drohne irgendwie außer Kontrolle gerät, dass ihr wisst, wo oben und unten ist, wo ihr hoch und runter fliegen könnt, wo ihr nach vorne und hinter, rechts, links, damit ihr einfach nicht durcheinander kommt und damit dann kein Missgeschick passiert, zum Beispiel, dass das irgendwo ein Baum fliegt oder so. Also damit ihr sie quasi unter Kontrolle habt. Der zweite Tipp ist, dass das Heck zu euch zeigt, beim Starten und Landen, weil dann ist rechts, rechts und links, links und somit kann das nicht zur Verwechslung kommen, weil wenn das Heck nicht zu euch zeigt, ist rechts, links und links, rechts. Genau, das war der zweite Tipp. Der dritte und letzte Punkt ist, dass ihr genug Platz habt. Für Anfänger ist Platz sehr gut und hilfreich, weil wenn ihr hier irgendwo Strommäste oder Bäume habt, dass ihr nicht direkt reinfliegt, dass ihr mit der Fernbedienung erstmal zurechtkommt, dass ihr links und rechts euch einfach mal ausprobieren könnt, dass ihr keine Tiere, Menschen verletzt, stört, was auch immer. Einfach genug Platz, um euch ausprobieren und ja, das war der dritte und letzte Punkt, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir würden uns tierisch über ein Like oder ein Abo freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! So, danke fürs Zuschauen!